ja perfekt ich weiß nicht wer die nägel schon mal gesehen hat die waren voll verrastet waren voll siffig mit so einer braunen brühe drinne ich habe die heute wieder einmal ein bisschen mit wasser ausgespült das wasser ausgekippt und wie man sieht sind fast wieder wie neu so kleine garten arbeiten und gartenzahn operieren richtig perfekt und wieder acht euro gespart ich habe die echt nur einmal mit wasser ausgespült bisschen wasser ausgekippt und jetzt habe ich wieder jede menge nägel kleben nicht mehr zusammen prima die lege jetzt auf die treppe bei mir und wie gesagt hatte ich vor dem video gesagt ich stelle die einfach in der sonne und die standen jetzt eine halbe stunde stunde in der sonne und wasser ist abgedampft und kann man wieder benutzen für kleinigkeiten im garten 1a dankeschön prima doch nach oben perfekt wieder sauber ja